300% höhere Werkzeugstandzeiten, 2000 Newtonmeter Drehmoment bei einem Schaftdurchmesser von 32 Millimeter und eine dauerhafte Rundlauf- und Wechselwiederholgenauigkeit von weniger als 0,003 Millimeter. Schunk Tendo E-Kompakt ist das universelle Hydro-Dehnspannfutter für Bohren, Reiben, Gewinden und für Vollgasfräsen. Eine Studie des WBK, Institut für Produktionstechnik am Karlsruher Institut für Technologie KIT, belegt, dass Schunk Tendo E-Kompakt Hydro-Dehnspannfutter ermöglicht bis zu 300% höhere Werkzeugstandzeiten und das bei allen Werkzeugmarken. Anwender profitieren in der Bearbeitung von minimierter Geräuschemission, reduzierten Werkzeugkosten, besten Oberflächen ohne Rattermarken und sekundenschnellem Werkzeugwechsel. Erleben Sie das Nonplusultra für die Volumenzerspannung live. Tendo E-Kompakt ist das erste Universalhydro-Dehnspannfutter, das sich für die schwere Volumenzerspannung mit bis zu 2000 Newtonmetern Drehmoment bei einem Schaftdurchmesser von 32 Millimetern und unter trockenen Spannbedingungen eignet. Der hier eingesetzte Tendo E-Kompakt hat eine HSK A63-Schnittstelle. Bearbeitet wird ein Werkstück aus Vergütungsstahl, 42 Chromo V4, mit einer Festigkeit von 900 bis 1200 Newton pro Quadratmillimeter. Beim Planfräsen der Basisfläche, einer normalerweise typischen Bearbeitung mit Messerkopf, zeigt Tendo E-Kompakt sein ganzes Potenzial. Das Schrubbwerkzeug für die Mantelbearbeitung ist ein beschichteter Vollhartmetall-Schaftfräser mit 20 Millimeter Durchmesser und vier Schneiden. Die Zustellung in AP von sensationellen 16 Millimetern entspricht 0,8 mal D. Während die Bearbeitung mit Messerkopf mehrere Durchgänge benötigen würde, packt Tendo E-Kompakt dieselbe Aufgabe in einem Bruchteil der Zeit. Ein weiterer Vorteil, die hervorragende Schwingungsdämpfung durch das Hydrauliksystem sorgt für absolute Laufruhe, schont die Maschinenspindel und erhöht die Werkzeugstandzeiten deutlich. Das Schruppen von außen übernimmt derselbe Halter ohne Werkzeugwechsel. Das Umrüsten entfällt, die Bearbeitung wird ohne Zeitverlust fortgeführt. Die optimale Radialsteifigkeit durch den robusten Grundkörper verhindert ein seitliches Auslenken während des Zersparnprozesses. Für die Vollnutenbearbeitung wird auf einen beschichteten Vollhartmetall-Schaftfräser mit einem Durchmesser von 20 Millimetern und vier Schneiden gewechselt. Mit einer dauerhaften Rundlauf- und Wechselwiederholgenauigkeit von weniger als 0,003 Millimetern gewährleistet Tendo E-Kompakt beste Oberflächenergebnisse durch einen gleichmäßigen Schneideneingriff und höchste Reproduzierbarkeit. Als Schlichtwerkzeug für die Fertigbearbeitung der Nuten- und Außenkontur kommt ein Vollhartmetall-Schaftfräser mit einem Durchmesser von 20 Millimetern und 8 Schneiden zum Einsatz. Das Werkzeug ist vollflächig und mit bis zu 900 Newtonmetern Drehmoment kräftig gespannt. Ein herausziehen während des gesamten Schlichtprozesses wird sicher verhindert. Das Schunk-Hydro-Dehnspannfutter Tendo E-Kompakt setzt neue Maßstäbe, wo ER-Spannzangen, Warmschrumpfutter, Weldon-Aufnahmen und technisch minderwertige Hydro-Dehnspannfutter die steigenden Anforderungen in der Volumenzersparnung nicht mehr wirtschaftlich erfüllen können. Schunk-Tendo E-Kompakt Das Universal-Hydro-Dehnspannfutter für jede Zersparnung für alle Werkzeugmarken. Sensationell beim Fräsen mit Vollgas. Sind Sie bereit für den Wechsel?